Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzwerb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Eichen. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Eicht. Eichte. Hat geeicht. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich eiche. Du eichst. Er eicht. Wir eichen. Ihr eicht. Sie eichen. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich eichte. Du eichtest. Er eichte. Wir eichten. Ihr eichtet. Sie eichten. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe geeicht. Du hast geeicht. Er hat geeicht. Wir haben geeicht. Wir haben geeicht. Wir haben geeicht. Wir haben geeicht. Sie haben geeicht. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich eiche. Du eichest. Er eiche. Wir eichen. Ihr eichet. Sie eichen. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich eichte. Du eichtest. Er eichte. Wir eichten. Ihr eichtet. Sie eichten. Den Schluss macht der Imperativ. Eiche du. Eichen wir. Eicht ihr. Eichen sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb eichen. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Dann gebt uns ein Daumen nach oben. ве ins Die Mann 武 W